Da könnte ich vielleicht in der fünften Klasse gewesen sein, wie die Deutschen immer schiert sind. Dann haben sie die Schule bombardiert und die Leute haben sie vertrieben. Das war für mich ein fremdes Land. Ich bin zwar geboren, aber ich habe da keine Erinnerung mehr. Beobachtung Aufwärts Abonniert proph åben r